Menschen treffen an einer Hochschule in unterschiedlichen Settings aufeinander. Als Lehrende und Studierende, als Vorgesetzte und Mitarbeitende, als BewerberInnen, Führungskräfte oder KollegInnen. Sie arbeiten, diskutieren, lehren, forschen und lernen zusammen. Aus einer soziologischen Perspektive kann dieses Miteinander auf der sogenannten Mikroebene genauer betrachtet werden. Möglich ist aber auch, die Hochschule als Institution mit ihren Regeln, Strukturen und Mustern zu analysieren. Das wäre die sogenannte Mesoebene. In dieser Betrachtung würden wir systematische Bevorzugung und Benachteiligung, also strukturellen Ausschluss, Diskriminierung und Privilegierung erkennen. Wie kann das soziologisch erklärt werden? Beginnen wir damit, dass Menschen Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten aufweisen, zum Beispiel hinsichtlich Gender, soziale Herkunft, Alter und vieles mehr. Studierende ebenso wie Mitarbeitende lassen sich in Bezug auf diese Dimensionen beschreiben, zum Beispiel als alt, jung, männlich, nichtbinär, Erstsprache Deutsch, Homosexuell und vieles mehr. In der Soziologie wird zum Beispiel danach gefragt, wie diese Kategorien entstehen und sich auch verändern. Manche Kategorien hat es in der Vergangenheit gar nicht in der Form gegeben, wie sie uns heute ganz selbstverständlich erscheinen. Oder ihre Bedeutung hat sich verändert. Daher verstehen wir diese Kategorien als soziale Konstruktionen. Das Soziale daran wird auch ersichtlich, wenn Sie darüber nachdenken, wer in welchen Settings wie am Kategorisieren beteiligt ist. Aus einer soziologischen Perspektive ist es außerdem interessant zu fragen, welche Folgen, Kategorien und Kategorisierungen für den Lebens- und Arbeitsalltag von Menschen haben, zum Beispiel im Hinblick auf Bildung und Ausbildung, Wohnmöglichkeiten, Arbeitschancen oder Gesundheit. An der Entstehung und Veränderung von Kategorien und am Kategorisieren sind unter anderem die Politik, das Recht, Kunst und Kultur, Medien und die Wissenschaften beteiligt. Filme, Serien, Zeitungen, Zeitschriften und soziale Medien erzeugen Diskurse, Erzählungen und Bilder, zum Beispiel über heterosexuelle Paare oder Transpersonen. Medien produzieren Geschichten über Arme und Reiche, über Mütter, Helden und Arbeiterinnen. Diese Stories fließen in unser Verständnis ebenso ein wie in unsere Erklärungen der Welt. Politik und Recht leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Entstehung und Veränderung von Kategorien. Mit Blick in die Vergangenheit sehen wir beispielsweise die rechtlichen Veränderungen für Personen mit Behinderung sowie für Personen mit verschiedenen Geschlechteridentitäten und sexuellen Orientierungen. Politische Partizipation und Mitgestaltung hängt unter anderem von der Kategorie Staatsbürgerinnenschaft ab. Danach wird oft unterschieden, wer welche Rechte und Möglichkeiten hat. Die Kategorien sind somit mit rechtlichen Benachteiligungen oder Bevorzugungen verknüpft. Mit Blick auf die Hochschulen können wir fragen, Wer gehört warum zur wissenschaftlichen Community bzw. wird ausgeschlossen? Wer ist an der Hochschule als Mitarbeiterin erwünscht bzw. unerwünscht? Wer ist ein normaler Student und wer definiert das? Wer hat wie Zugang zu Hochschulbildung? Hier ist es interessant, auch nach dem Wie und Warum zu fragen, wie es also zu Aus- und Einschlüssen sowie Kategorisierungen kommt, wie sie gerechtfertigt werden und welche Folgen sie für die Menschen haben. Die Frage nach dem Wie und Warum hat mit Macht und Diskriminierung an der Hochschule zu tun? Machtverhältnisse strukturieren unser Zusammenleben. Sie bestimmen die Möglichkeiten, die wir haben, um unser Leben zu gestalten, zum Beispiel ob und wo wir studieren oder arbeiten. Zentrale Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft sind Sexismus, Heteronormativität, Rassismus, Klassismus, Ageismus, Ableismus, Anti-Islamismus und Antisemitismus. Sie sind auch in unterschiedlicher Form an der Hochschule relevant. Weil sie gleichzeitig wirken, müssen sie zusammen betrachtet werden. Dieses Zusammenwirken und Verschränktsein ist mit dem Begriff Intersektionalität gemeint. Menschen haben in unserer Gesellschaft ungleichen Zugang zu Hochschulbildung und zu Positionen an der Hochschule bzw. in der Wissenschaft. Und zwar systematisch ungleichen Zugang. Es gibt machtvolle und machtlose Gruppen, was dazu führt, dass bestimmte Gruppen benachteiligt und stärker ausgeschlossen sind, während wiederum andere Privilegien genießen. Soziologische Forschungsergebnisse zeigen anschaulich die Auswirkungen von Sexismus, Rassismus, Klassismus und anderen Machtverhältnissen im Hochschulkontext. Soziologische Konzepte wiederum leisten einen wichtigen Beitrag zur Erklärung von Ungleichbehandlungen und zur Beantwortung der Frage, warum bestimmte Gruppen an der Hochschule dominieren bzw. fehlen.